Heute sprechen wir darüber, wie du ohne Stress, ohne Druck und ohne Anstrengung sehr gute Noten schreibst. Willkommen zurück Abiturathleten, hier ist Leo, dein Abiturcoach und unser gemeinsames Ziel ist dein Trauma-Abitur-Schnitt. Ich habe in den vergangenen Wochen und Monaten viele, viele sehr tiefe Erkenntnisse gehabt. Ich glaube, das merkt ihr auch aktuell an den Videos, die kommen. Und eine der wichtigsten, die glaube ich auch für euch mit am allerwertvollsten sein wird, möchte ich in diesem Video mit euch teilen. Und zwar, wie du ohne Stress, ohne Druck, ohne Anstrengung sehr gute Noten schreibst. Weil das wirkt im allerersten Moment, erstmal wie ein kompletter Clickbait-Titel, aber auch grundsätzlich total widersprüchlich. Weil wir denken, ich muss mir ja Druck machen, ich muss mir ja Stress machen, ich muss mich ja anstrengen, um gute Noten zu schreiben. Warum glauben wir das? Jetzt glauben wir das halt, weil wir denken, dass wir für sehr gute Noten sehr gute Leistungen bringen müssen. Und dass sehr gute Leistungen nur dann möglich sind, wenn wir uns maximal pushen. Ja, Leistung ist bei uns im Kopf so oft damit verknüpft, mit, ja, ich muss, ja, weißt du, wie wenn du im Fitnessstudio stehst. Ich habe die allergrößte Leistung gebracht. So sehen wir das Ganze. Und dann ist es natürlich logisch, dass für ganz, ganz viele, das bekomme ich einfach immer wieder in den Nachrichten mit euch mit oder auch bei uns bei den Coaching-Teilen, die man am Anfang, dass ganz viele von euch sich genau deswegen unter Druck setzen. Ja, wir versuchen dann immer noch mehr zu pushen, noch mehr Gas zu geben, noch mehr Stress uns zu machen, noch mehr Dinge aufzuladen, noch mehr Ausgaben, noch weniger Zeit, alles noch effektiver zu machen, Zeitmanagement, bababababa. Ja, und du versuchst immer nur so, so absolut maximal zu optimieren. Und das funktioniert natürlich auch gewissermaßen, aber es ist halt mit Druck, mit Stress, mit Anstrengung. Und du kriegst vielleicht, manchmal noch nicht mal das, aber vielleicht gute Ergebnisse daraus. Ja, du merkst, okay, ich schreibe zumindest einigermaßen gute Noten. Ich weiß auch, dass bei ganz vielen von euch noch nicht mal das der Fall ist. Ja, das heißt, ihr habt Anstrengung, Stress, Druck und schreibt nicht mal gute Noten. Das ist natürlich absolut worst case. Für einige von euch, ihr kriegt dadurch zumindest gute Noten. Nur habt ihr dann immer noch Stress, Druck und Anstrengung. Aber es gibt einen Weg, wie das Ganze anders möglich ist. Dass es eben nicht so ist, weil so denken wir aktuell. Wir denken aktuell, dass je mehr Stress, Anstrengung und Druck, umso besser die Not. Und je weniger Anstrengung, Stress und Druck, desto schlechter die Not. Aber ich sage euch, und das ist mir so stark bewusst geworden, dass es eigentlich, wenn ihr auf die nächste Ebene geht, es einfach genau umgekehrt ist. Es ist exakt genau umgekehrt und auch genau die perfekte Erklärung, warum so viele von euch sich so viel Stress machen, so viel Druck machen, so viel Zeit im Schreibtisch verbringen und trotzdem nicht die Noten schreiben, die sie sich wünschen. Das bedeutet, ihr müsst euch jetzt einmal kurz auf die folgende, vielleicht verrückklingende Idee einlassen. Und zwar, je weniger Stress du dir machst, je weniger Druck du dir machst und im allerersten Moment sogar, je weniger du dich anstrengst, desto bessere Noten schreibst du. Jetzt ist die Frage, Leo, das klingt wie das Paradies, wie zum Teufel ist das möglich? Ganz einfach, und da werdet ihr jetzt euch denken, das kann ich jetzt nicht der Ernst sein, aber es ist wahr. Du musst es einfach nur zulassen. Du musst es einfach nur zulassen. Es wird, das was ich euch jetzt erkläre, wird nur für eine einzige Personengruppe nicht funktionieren. Und zwar für diejenigen, die noch nie wirklich richtig Gas gegeben haben. Das heißt, wenn du jetzt zuschaust und grundsätzlich schon immer faul warst oder auch noch nie wirklich gesagt hast, okay, ich will mich jetzt mal richtig krass für meine Noten anstrengen. Wenn du das noch nie gemacht hast, dann ist die Wahrscheinlichkeit extrem hoch, dass das Folgen jetzt nicht für dich funktioniert. Deswegen, am besten schaut ihr nicht mehr zu. Nicht, weil ihr schlechter seid, sonst irgendwas, sondern einfach nur, weil es nicht für euch funktionieren wird. Und ihr es ein bisschen interpretieren werdet. Aber für jeden, der jetzt zuschaut und der schon mal Gas gegeben hat, und auch wenn es nur für ein paar Wochen, für ein paar Monate, auch für ein Jahr oder was auch immer war, oder auch für mehrere Jahre, wo er wirklich versucht hat, richtig Gas zu geben, alles rein zu investieren, um seine bestmöglichen Noten rauszubekommen, für euch wird das jetzt komplett, komplett eure Realität verändern. Und zwar passt auf. Lasst mich mit einer Metapher oder mit einer Frage anfangen. Glaubt ihr, dass ein Baum sich anstrengt zu wachsen? Macht gerne mal an der Stelle kurz Pause bei dem Video, schreibt in die Kommentare, was ist eure Meinung? Strengt ein Baum sich an, um zu wachsen? Man kann darüber jetzt philosophieren und so weiter, aber im Prinzip ist es ganz klar, dass er das nicht tut. Ja, ein Baum wächst nicht, weil er sich anstrengt, sondern er wächst einfach nur. Wisst ihr, was ich meine? Die ganze Natur entwickelt sich nicht, weil sie sich entwickeln möchte, oder weil sie ein Ziel hat, wo sie sich hin entwickeln will, sondern es ist einfach nur das, was sie tut. Und trotzdem ist die Natur komplett perfekt. Alles ist ganz klar geregelt. Alles ergibt sich ideal. Ja, die Flussverläufe, die haben keinen Plan, wie so ein Architekt, genau da will ich hin, sondern die orientieren sich halt einfach an der Gravitation und so weiter. Das heißt, die sind flexibel und fließen einfach nur. Ja, genauso wie auch die Tiere. Ja, da ist kein, da wacht kein Elefantenbaby auf und sagt, ich will so schnell wie möglich, so groß wie möglich sein. Ja, sondern es entwickelt sich einfach nur. Spielt am Anfang und durch das Spiel, das ist übrigens auch bei Kleinkindern so, durch das Spiel, was die Kinder erleben, lernen sie am allerbesten. Das heißt, in dem Moment, wo sie nicht versuchen, irgendwie krasser, besser zu werden und irgendwie ganz konkret Dinge zu lernen, sondern in dem sie einfach nur sich selbst freien Lauf lassen und sich selbst erlauben, Dinge auszuprobieren, dann lernen sie am besten und entwickeln sich so am allermeisten, ohne dass sie es überhaupt möchten. Und genau das können wir auch auf uns übertragen. Und das habe ich in den letzten Wochen sehr, sehr schön für mich selbst gemacht. Und ich merke einfach, wie viel besser die ganze Arbeit dadurch wird und vor allem auch, wie viel glücklicher du dabei bist. Und deswegen möchte ich dir folgende Sachen vorschlagen. Ab heute versuchst du dich nicht mehr anzustrengen, sondern du lässt einfach nur zu, dass du deine Dinge sehr gut machst. Mag im ersten Moment sehr ähnlich klingen, ist aber was komplett anderes. Du versuchst ab jetzt nicht mehr, dich zu pushen, dich an den Schreibtisch zu setzen. Du versuchst ab jetzt nicht mehr zu pushen, möglichst schnell, möglichst viele Hausaufgaben zu machen. Du versuchst nicht mehr im Unterricht irgendwie die irgendwelche Strichliste zu machen, wie oft du dich gemeldet hast. Dann ja, 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 nicht mehr in diesem... Du machst ab heute nichts mehr, was in diese Richtung geht. Sobald du merkst, du versuchst gerade zu pushen, was du stattdessen machst ist, du versuchst eine neue Identität von dir selbst aufzubauen und vor allem auch ein neues Gefühl in dir zu installieren. Ein Gefühl von, ich möchte das einfach machen. Ich möchte das einfach machen. Also, es muss sich so natürlich in dir selbst anfühlen, wie es sich natürlich anfühlt, dass der Baum wächst. Ja, deswegen einfach wirklich aus dir selbst heraus. Weil was dann passiert ist, du pushst dich nicht mehr, um dich an den Schreibtisch zu setzen, sondern du setzt dich einfach an den Schreibtisch, weil es das ist, was du tust. Und wenn du dich an den Schreibtisch setzt, geht es ja auch nicht darum, in möglichst wenig Zeit möglichst viel zu schaffen oder das jetzt so und so noch hinzubekommen, dass du morgen noch eine gute Note bekommst, sondern es ist einfach das, was du tust. Das gleiche auch in der Klausur. Du versuchst ja nicht, dich hinzusetzen und dann zu sagen, in diesem Hass-Mode, sondern du weißt, dass du dich gut vorbereitet hast, du weißt, dass du ein guter Schüler bist und deswegen bearbeitest du die Klausur jetzt einfach sehr konzentriert. Doch nicht mal, weil du deine gute Note bekommst, einfach nur, weil das ist, was du tust. Weil du Medizin studieren möchtest, aber auch das ist nicht mehr in deinem Kopf, sondern es ist einfach für dich deine Identität, dass du sauber arbeitest. Das gleiche auch im Unterricht. Du meldest dich nicht mehr die ganze Zeit oben, 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 sondern dir ist bewusst, dass du im Unterricht sitzt und dass du genau deswegen, weil du einfach auch ein guter Schüler bist, dich einfach meldest. Das heißt, ihr merkt, es ist nicht mehr, ich mache das um, sondern das ist einfach das, was ich tue. Und in diesem Prozess, einfach nur das ist das, was ich tue, gibt es dann auch keine Grenze mehr. Es gibt keinen Punkt, an den ihr hinkommen müsst. Deswegen gibt es auch nichts, wo ihr euch hinpushen müsst. Wir in unserem Kopf, wir haben immer, okay, ich will 13 Punkte, 12 Punkte, 14 Punkte, da ist mein Abit, bis dahin muss ich da, 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 da. Wir als Menschen kriegen immer diese Zeitpunkte mit irgendeiner Zahl daran verknüpft. Und dann müssen wir uns immer dahin pushen. Dann sind wir anstrengend, dann machen wir uns Druck und Stress, weil wir müssen ja dahin kommen. Und dann versuchen wir uns schneller zu machen. Und genau darin verliehen wir alles. In dem Moment, wo du dich komplett davon löst, schon diese ganzen Zeitpunkten und was weiß ich alles, einfach dich auf den Moment fokussierst, da gibt es keinen Punkt, wo du hinkommen musst. Weil du bist ja schon im Moment. Das heißt, die einzige Sache, die du einfach machst, ist das, was du ohnehin tust. Und so entwickelst du dich auf einer ganz anderen Ebene und dann hat es auch nichts mehr mit Anstrengungen zu tun, weil es ist einfach nur das, was du tust. Es ist keine Anstrengung. Anstrengen muss dich immer dann, um was zu machen, was du eigentlich gar nicht machen wollen würdest oder was nicht Teil von dir wäre. Ja, du musst dich immer dann pushen. Ja, aber wenn du es bist, dann passiert es einfach. Und dann kann es auch keinen Stress oder Druck mehr geben, weil Stress oder Druck kann nur dann passieren, wenn du irgendwelche Deadlines oder so nicht einhältst. Oder auch wenn du denkst, oh, morgen ist dann die Prüfung, oh mein Gott. Wenn du im Moment bist, fallen diese ganzen Dinge weg. Und dadurch, dass du im Moment bist und einfach die Dinge tust, weil es ist, was du machst, dann kannst du natürlich auch nur sehr gute Noten schreiben, weil du immer einfach extrem fokussiert, präsent und ordentlich bist. und das wird extrem, extrem tiefgehende Vorteile für dich in deinem Leben und vor allem auch in Bezug auf die Schule haben. Deswegen wende das Ganze an und schreib mir gerne in die Kommentare, auch in den nächsten Tagen, in den nächsten Videos, was das für einen Effekt auf dich hatte. Und jetzt denk dran, ich glaube an dich. Wir sehen uns im nächsten Video. Dein Leo.